Das war ein wichtiges Thema, damit wir auch verstehen, wo sind die Grenzen beim Spaßen und auf welche Art und Weise darf man miteinander spaßen. Wir haben erklärt, dass Spaßen eine Sunna ist, nur gibt es natürlich Bedingungen, die man nicht überschreiten darf. Ganz kurz, welche Bedingungen gibt es? Nicht lügen, nicht übertreiben, das heißt, dass viele Lachen tötet das Herz. Was noch? Dass man zum Beispiel nicht einen Gegenstand von jemandem nimmt aus Spaß, wo man ihn zum Beispiel verletzt hat. Richtig, man nimmt nicht jemandem einen Gegenstand weg, selbst wenn es ein Stock ist, damit man nichts in seinem Herzen hereinbringt. Das Erschrecken eines Muslims ist verboten, auch wenn es nur aus Spaß ist. Das heißt, du ziehst dir eine Maske an, manche brauchen nicht mal eine Maske und dann sagen, ja, und dieser erschreckt sich dann, das ist auch verboten. Das ist verboten, auch wenn er sich nur leicht erschreckt, auch nicht bei deinen Kindern. Das Erniedrigen von anderen. Dass man allgemein beim Spaß nicht sich über eine Person lustig macht. Das muss man erklären, was bedeutet das, lustig zu machen. Man sitzt zusammen und spaßt miteinander. Wenn du hier bei dem Spaß mit Spaß meinst, dass du deinen Bruder schlecht machen musst, ihn erniedrigen musst, ihn über ihn herziehst, das ist alles verboten und kein Spaß. Im Gegenteil, du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Und manche Leute übertreiben im Spaß. Das geht so weit, bis es Feindschaft zwischen zwei Leuten gibt, wo es angeblich um Spaß handelt. Und das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Der Spaß ist eine Sunna, solange man auch die Bedingungen einhält. Aber wenn man die Bedingungen nicht mehr einhält, dann ist das kein Spaß mehr, sondern es ist nur noch Beleidigung. Na, bitteschön. Witze über die Religion, sehr gut. Den Punkt haben wir nicht genannt, weil es eigentlich etwas Selbstverständliches ist, aber leider heute nicht mehr, wie bei Übeltäter, Datteltäter zu sehen ist. Diese Leute machen sich auch lustig über die Religion. Und ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wallahi, ein Wort, und ich sage nicht ein Satz, ein Wort, wo du dich lustig machst. Über die Religion, Allah subhanahu wa ta'ala fördert dich heraus schon aus der Religion. Befördert dich aus der Religion des Islam. Aber manche Leute, für sie ist alles ein Spaß. Na, welchen Punkt haben wir noch genannt? Ich weiß nicht, ob wir noch genannt wurden, aber das ist nötige Schwierung. Nein, das haben wir nicht genannt. Das war's. Heute, biiznillah ta'ala, sprechen wir über Adab As-Salam. Das heißt, über das Benehmen beim Grüßen. Über das Benehmen beim Grüßen. Und das ist eine Sache, die wichtig ist für einen Mann und für eine Frau. Für klein und groß. Denn wir Muslime, walhamdulillahi, rabbil alamin, wir haben einen besonderen Gruß bekommen, zu dem wir gleich kommen werden, biiznillah ta'ala. Erstmal der erste Punkt. Man soll als Muslim den Friedensgruß verbreiten. Man soll als Muslim den Friedensgruß verbreiten. So wird berichtet an Abi Hurayrata radiallahu anhu. Eine wunderschöne Überlieferung, dessen Bedeutung nicht jeder Muslim leider verstanden hat. So berichtet Abi Hurayrata radiallahu anhu wa arda, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, bei dem in dessen Hand meine Seele ist, in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt in dieser großartigen Überlieferung, niemand von euch, niemand, wird das Paradies betreten, bis er gläubig ist. Und schaut mal, wie er das aufeinander aufgebaut hat. Niemand von euch, wird das Paradies betreten, bis er gläubig ist. Und niemand ist gläubig, das heißt, ihr werdet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie direkt angesprochen, ihr werdet niemals gläubig sein, bis ihr einander liebt. Bis ihr einander liebt. Lieben für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Soll ich euch nicht auf eine Sache hinweisen, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, die, wenn ihr sie tut, ihr einander liebt, verbreitet den Friedenskurs untereinander. Was schafft Liebe zwischen den Herzen? Der Friedenskurs. Und deswegen verbreite den Friedenskurs. Sag so vielen wie möglich, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und dieses nicht nur zu den Muslimen, die du kennst, sondern zu allen Muslimen. Und das ist der zweite Punkt, der Adab. Das Benehmen ist, dass du zu jedem Muslim diesen Friedenskurs verbreitest. Er berichtet, dass er, dass ein Mann den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam fragte, was ist der beste Islam, bedeutet hier, welche Eigenschaft im Islam ist die beste. Beziehungsweise, mit welcher Tat nährt man sich auf beste Art und Weise Allah subhanahu wa ta'ala. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, an tut'ima al-ta'am wa taqora al-salam ala man araft wa man lam ta'rif. Dass du die Menschen speist und dass du diejenigen grüßt, die du kennst oder auch nicht kennst. Denn, liebe Geschwister, zu den Zeichen der Stunde, und diese Überlieferung ist bei Bukhari, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass die Leute wen nur noch grüßen werden? Die Leute, die sie kennen und die anderen werden sie vernachlässigen, nicht beachten. Die erste Überlieferung, verzeiht mir, war bei Muslim, bei dem in dessen Hand meine Seele liegt. Ihr werdet nicht glauben, bis ihr, ihr werdet nicht das Paradies betreten, bis ihr gläubig seid. Diese wurde bei Muslim überliefert und die zweite Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Auch, liebe Geschwister, darauf achten als Muslim, dass wir, walhamdulillah, etwas Wunderschönes von der Religion bekommen haben, dass wir wissen, wie grüßt man, auf beste Art und Weise. Und dann halten wir uns auch an diesem Wortlaut. Nicht, dass wir das gleich machen, wie manche Leute hört diese Überlieferung. Imran ibn Hussein berichtete, dass ein Mann zum Propheten kam und er sagte, Dann sagte der Prophet, nachdem dieser Mann sich hingesetzt hat, 10. Das bedeutet 10 was? 10 Hassanat. Dann kam ein anderer Mann und sagte, Dann saß er und sagte, 20 Hassanat. 20 Hassanat, weil er hat nicht nur Assalamu alaikum gesagt. Was hat er hinzugefügt? Wa rahmatullahi, wa rahmatullahi. Dann kam ein weiterer Mann, dieser sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faradda alaihi, fajalasa, faqala thalathun. Und dann saß er und er sagte, Sallallahu alaihi wa sallama, dieser hat 30 Hassanat erreicht. Das heißt, was ist die beste Art und Weise zu grüßen? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich meine jetzt zwei, drei Wörter mehr, subhanallah, das sind 30 Hassanat. Wenn man die Zeit hat natürlich, manchmal ist das etwas knapper, aber allgemein hat man die Zeit, dieses zu tun. Diese Überlieferung ist bei At-Tirmidiyu, liebe Geschwister, und in Sunan At-Tirmidiyu von Sheikh al-Albani, der diese Überlieferung als authentisch klassifizierte. Heutzutage, wenn die Muslime einander treffen, was sagen sie zueinander? Hi. Halule. Hu, hu. Subhanallah. Marhaba. Marhaba, sagt er ihm. Wallahi, das alles ist nichts im Vergleich zu dem, was uns die Religion gegeben hat. Moin, sagt er. Mehmet zu Mohammed. Moin, sagt er ihm. Auzubillah. Sag Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Danach, sag, was auch immer du willst. Aber verpasse nicht den Lohn. Und das ist der Gruß, den wir bekommen haben als Muslime. Warum? Wir werden uns dadurch einander lieben. Und wir beweisen mit diesem Friedenskurs was? Unseren Glauben, liebe Geschwister. Ihr werdet nicht ehrgläubig sein, bis ihr einander liebt. Soll ich euch auf etwas hinweisen, dass wenn ihr dieses tut, einander liebt, verbreitet den Friedenskurs untereinander. Und dann kommt einer und sagt dir, Marhaba, Cheikh Beish. La hawla wa la quwwata illa bla. Wallahi, was haben wir nicht verstanden von dieser Überlieferung? Sabah ul-Khe, Sabah nur. Uff, hast du kein besseres Wort gefunden? Ja, Achhi, Subhanallah, sag Assalamu alaikum und dann von mir aus sag Sabah ul-Khe. Kein Problem. Aber erstmal nutzt du das, was mit Glaube verbunden ist. Was mit Glaube verbunden ist. Und man soll nicht sagen, als einer, der neu ankommt, zu dem anderen, alaykasalam, so heißt es in einer Überlieferung an Jabir ibn Suleym, radiyallahu anhu wa ad-da, qala ateytu al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, fakultu alaykasalam. Jabir berichtet, radiyallahu anhu ibn Suleym, dass er einmal zum Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, kam und direkt zu ihm sagte, alaykasalam. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, faqala la taqul, sag das nicht. Sag das nicht, bedeutet alaykasalam. Walakin qull, assalamu alaykum. So fängst du an. Wenn du jemanden grüßt, assalamu alaykum, nicht alaykasalam. Okay? Man grüßt mit, assalamu alaykum. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und al-Tirmidiyu und al-Dahabiyu hat diese Überlieferung als authentisch klassifiziert. Dann, liebe Geschwister, gehört es zum Adab, wenn man zur Sitzung kommt, dann grüßt man. Auch wenn man diese Sitzung verlässt, so grüßt man ebenfalls. An Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, qal, idhan taha ahadukum ilal majlis, fal yusallam. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, wenn einer von euch zu den Sitzungen kommt, so soll er grüßen. Jemand kommt herein zu einer Sitzung, so soll er grüßen. Wie unser geehrter Bruder das gerade gemacht hat. fa in badalahu an yajlis fal yajlis. Und wenn er die Möglichkeit hat, zu sitzen, dann soll er sitzen. wa in kama wal qawm ujulusun fal yusallam. Und wenn er aufsteht, das heißt, sich von der Sitzung jetzt wegbegebt, so soll er ebenfalls grüßen, während die Leute sitzen. fa leysatil ula bi achakki minal ukhra. Denn das Erste, wo er gegrüßt hat, als er reinkam, ist nicht weniger als das Letzte, wo er ebenfalls gegrüßt hat, um wegzugehen. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei Al-Tirmidiyu und dieser und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat sie in As-Silsila As-Sahihah als authentisch klassifiziert. Ein weiterer Punkt, man soll darauf achten, als Erster zu grüßen, weil das beliebt ist. An Abi Umamah radiyallahu anhu wa arda An-Nin-Nabi sallallahu alayhi wa sallama inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam Allahu akbar. Diese Überlieferung ist eine wunderschöne Überlieferung und bei Imam Ahmad al-Tirmidiyu und Abu Dawood überliefert und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist sahih. Der Gesandte sallallahu alayhi wa sallama wie Abi Umayma berichtete, er sagte inna awlan nasi billah diejenigen, die am nächsten zu Allah sind. Was bedeutet das? Das heißt, diejenigen, die am nächsten zu Allah sind und mit denen Allah am barmherzigsten verfahren wird. Wer sind das? Diejenigen, die als erstes die Menschen grüßen. Diejenigen, die als erstes die Menschen grüßen. Subhanallah, ist das so viel? Assalamu alaykum. Khalas. Hast jemand gesehen? Assalamu alaykum, dann gehörst du zu diesem Hadith. Möge Allah soll uns dazu gehören lassen. Dann, liebe Geschwister, eine Sache, die befremdlich ist für manche Leute, wenn du sie in einer Sitzung mehrmals grüßt, zum Beispiel, kommst du rein, sagst Assalamu alaykum, dann bist du rausgegangen, um etwas zu holen, du kommst rein und sagst wieder Assalamu alaykum. Manche Leute, sie wundern sich über dich und denken, dass du nicht mehr alle Tassen im Schrank hast, aber sie wissen nicht, dass du den Hadith kennst, und Alhamdulillahi Rabbil Alamin an Abi Hurayrata radiallahu anhu wa alba, Abu Hurayrata radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, idha laqiya ahadukum akhaahu fal yusallim alayhi. Wenn einer von euch seinen Bruder antrifft, natürlich, wenn wir sagen, hier Bruder, damit ist auch die Schwester gemeint, die ihre Schwester antrifft, so soll er ihn grüßen. fa-inhalat beynahuma shajara, wenn zwischen ihnen dann aber ein Hindernis vorkommt, wie ein shajara, Baum, au-jidar, oder eine Wand, au-ha-jarun, oder ein Stein, thumma laqiyahu fal yusallim alayhi aydan. Und dann trifft er ihn wieder, so soll er ihn wieder begrüßen. Und das war die Weise der Sahaba radiallahu anhu, wenn sie einen Weg gelaufen sind und irgendein Hindernis hat sie getrennt, zum Beispiel ein Stein oder ein Baum und sie haben sich gleich wieder getroffen, dann sagten sie Assalamu alaikum. Ibn Omar radiallahu alayhi wa'an, als er zum Markt ging, so haben sich die Leute gewundert, was macht er am Markt, ohne dass er Ware dabei hat, ohne dass er Geld dabei hat. Und sie berichteten an jedem, an den Ibn Omar vorbeikam im Markt, groß oder klein, sagte er Assalamu alaikum. Das war sein Verdienst an diesem Tag, weil er das gewusst hat. Liebe Geschwister, auch wenn man in sein Haus hereinkommt, grüßt man, selbst wenn keiner zu Hause ist, passt auf, dieses bringt Segen in das Haus und der Familie. Hast du Probleme mit deiner Frau, dann sage den Friedensgruß. Allah alaikum sagt erstmal, damit wir wissen, dass man auch, wenn man in ein Haus hereinkommt, wenn auch keiner ist, wenn auch keiner da ist, dass man trotzdem den Salam spricht. Inshallah macht ihr das alle, wenn ihr in eure Wohnung hereinkommt, sagt ihr Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Oder sagt ihr, ist niemand da. So sagt Allah azzawajal, fa'idha dakhaltum bujutan fassallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Das ist in Surat An-Nur in der Ayah 61. Wenn ihr eure Häuser betretet, so grüßt euch selber mit einem Gruß von Allah subhanahu wa ta'ala mubarak, segensreich wa tayyib und gut. Und die andere Überlieferung, dass du siehst, dass Allah euch, dich und deine Frau segnen wird durch diesen Salam, so berichtet al-Tirmidiyu rahimullah ta'ala an Anas ibn Malik von Anas ibn Malik radiyallahu an, dass dieser sagte, kala linnabiyu sallallahu alaihi wa sallam an. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte mir, ya bunay, oh mein Söhnchen. Iza dekhalte ala ahlik fassallim. Wenn du zu deiner Familie hereinkommst, dann grüße, dann grüße. so wird Allah azawajal dich segnen und deine Familie im Haus. Und das zeigt uns, walhamdulillah, dass du so Segen erreichen kannst, wenn du reinkommst. Es gibt Leute, Allah der grüßt nicht seine Frau und sie grüßt ihn nicht. Kommt rein, Subhanallah, sind wir keine Muslime? Du bringst Segen in dein Haus herein. Sowieso, wir haben gesagt, wenn keiner da ist, was machst du? Ja, dann was deine Frau? Sinjin, dass sie nicht da ist? Dann gehst du rein und du grüßt und vor allem, wenn deine Frau da drin ist, dann sagst du assalamu alaikum und du hast walhamdulillah die Frucht von diesem Hadith Allah wird dich segnen und deine Familie segnen. Und das nächste Mal behandeln wir die übrigen Hadithe, versuchen wir es kürzer zu machen, ich benehmen beim grüßen war heute das Thema. Ganz schnell, man soll darauf bedacht sein, zu grüßen, nicht nur die zu grüßen, die man kennt, auch vor allen in der Moschee. Ich verstehe eins nicht, die Leute draußen, die haben nicht viel wissen, die grüßen einander nicht, aber ich verstehe das nicht in der Moschee, dass die Geschwister sich nicht grüßen. ja nicht, subhanallah, die Praktizierenden sollten es besser wissen, oder? Aber sie grüßen einander nicht. Was haben wir gesagt? Von den Punkten? Den besten Gruß, den besten Gruß, weil man weiß, dass auch vom Iman und Allah wird Liebe zwischen euch in den Herzen legen. Darauf achten, sehr gut, dass man als erstes grüßt. Und wenn ein Hindernis einen trennt, dass man sich dennoch grüßt. Sehr gut, dass ein Hindernis, wenn ein Hindernis euch trennt, dass man dann einander grüßt. Wenn man eine Sitzung besucht, das muss nicht nur so eine Sitzung sein. Jetzt zum Beispiel, morgen sind wir zum Beispiel bei Serkan alle eingeladen, zum Essen zum Beispiel. Das ist auch eine Sitzung, wenn du reinkommst, wenn du reinkommst und die Leute sitzen mit einander, dann sagst du auch Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na, verzeih uns. Was haben wir noch gesagt? Wenn man in sein, wenn man zu Hause hereinkommt, in dein eigenes Haus, was ist, wenn keiner da ist? Trotzdem grüßen. Trotzdem grüßen. Was war die Sunnah vom Propheten nichts authentisches. Es gibt Überlieferungen, dass der Prophet bestimmte Dinge gesagt hat, wenn er nach Hause kam, aber diese Überlieferungen sind nicht authentisch. Was authentisch ist, ist von Ibn Umar überliefert. Und ihr wisst, wie sehr Ibn Umar darauf bedacht war, was zu folgen der Sunnah des Gesandten Sallallahu Alayhi Wasallam Er sagte etwas, ihr braucht heute nichts Neues dazuzulernen, weil das sagt ihr sowieso im Tashahun. Was sagte er, wenn er reinkam? As-Salamu alayna wa ala ibadillahi as-Salihi As-Salamu alayna wa ala ibadillahi as-Salihi Das heißt, wenn du reinkommst in dein Haus, du sagst Bismillah, damit wer draußen bleibt? Schätan. Alaykum Salam Mit Schätan ist Schätan gemeint, weil manche haben sich auch zur Gewohnheit gemacht, ihre Frau Schätan zu nennen. Wallah al-Azim, der nennt seine Frau Schätan, a'udhu billah, a'udhu billah, der sagt, ja Schätan, musst du heute draußen bleiben, ich habe sie nicht reingelassen. Wer meinst du denn? Du denkst vielleicht, er meint einen weiblichen Schätan, er meint seine Frau, die meint er mit Schätan. Schätan bleibt draußen, was noch? Dann sagen wir As-Salamu Alaykum und dann As-Salamu Alayna Wa Ala Ibad Allah Salihin Walhamdulillah Dann hast du ein geschütztes Haus, möge Allah die Häuser der Muslime schützen. Allahumma Amin. Wenn es Fragen gibt, habt ihr die Möglichkeit, diese zu stellen, Inshallah Teala. Tafadda. Ungefähr heißt? Erstmal die Ungefährer zum Thema sind. Bitteschön. Ja. Du hast es nicht erwähnt, vielleicht kann ich es noch mal erwähnen, wenn man jetzt zum Beispiel grüßt, wie sollte man das zurückgrüßen? Wenn man zurückgrüßt, jemand sagt zu dir As-Salamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu, dann sagst du Wa Alaikum Assalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu. Es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam etwas hinzugefügt hat, Wa Maghfiratu. Wa Maghfiratu. Aber dann reicht es auch, ja. Nicht, dass du noch was Neues erfindest. Es gibt ja Leute, der sagt dir As-Salamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu Bismil Nabi und dann fängt er an. Es reicht. Spätestens bei Maghfiratu, manche sagen, die Überlieferung ist Hassan, da bleibst du dann stehen. Wallahu Wallahu Wa Alaikum Wa Alaikum Wa Alaikum Salaam antworten. Dann bringe ich Ihnen das bei. Dann bringe ich Ihnen das bei. Inshallah Der Bruder sagt, eine gute Frage. Ich weiß, manche Leute sind sehr sprechvoll, wenn es um Islam geht, aber in anderen Themen sprechen sie umso mehr. Ich sage zum Beispiel As-Salamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu aber ich weiß, er wird nur Wa Alaikum Salaam antworten. Dann bringen wir es ihm bei. Dann bringen wir es ihm bei. Warum sollen wir an den Hassanat knausern, wenn wir jemandem etwas beibringen können, wo wir trotzdem weiter die vollen Hassanat bekommen und auch den Lohn, dass wir ihnen etwas Gutes beigebracht haben. Naam Wallahu Wa Ta'ala Ala Wa Ala Naam Tafadal Ja 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 Salam Wie ist das Urteil, dass ein Bruder eine Schwester draußen sieht und ihr den Salam gibt. Kein Problem, wenn sie über 75 Jahre alt ist. Kein Problem, wenn sie über 75 Jahre alt ist. Sagt man, ja in der Zeit der Salaf haben sie sich auch gegenseitig begrüßt. Ja Die haben aber auch einen Unterschied zu uns gehabt. Die haben Allah gefürchtet. Die haben Allah gefürchtet. Heutzutage einer, wenn eine Schwester an ihnen vorbeikommt und ihnen As-Salamu Alaikum sagt auf dem Uni-Gelände, der sagt, ich wusste doch, die will was von mir. Er hat gleich diese Gedanken. Deswegen, ja ich war, Barak laufikum, man grüßt nicht die jüngeren Frauen, weil das eine Fitna ist und man schließt diese Tür der Fitna. Sogar sage ich noch mehr, wenn einer eine Schwester grüßt, wenn einer eine Schwester grüßt, soll sie so tun, als ob sie es nicht gehört. Das ist Fitna. Draußen sieht einer eine und sagt ihr, vor allen Dingen, da sagen sie es mit Khushua, habt ihr das mal gemerkt? Zu seinem Bruder sagt er, As-Salamu Alaikum ist auf einmal mit voller Hingabe, mit vollem Khushua und seine Augen kullern von links nach rechts. Oh Allah, wer mir erzählt, er hat keine Fitna in seinem Herzen, den sage ich, geh und schlag ein Buch auf, das nennt sich As-Siddiq, die Wahrhaftigkeit. Und dann kann er uns nochmal erzählen, ob er eine Fitna im Herzen hat oder nicht. Man unterlässt das, junge Frauen zu grüßen, und umgekehrt genauso. Naam. Hast du einen Beweis dafür, Abu'l-Bara? Natürlich. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir dürfen nicht ohne Beweise reden. Die Gelehrten haben gesagt, wenn das eine ältere Frau ist, wo man keine Shahwa mehr verspürt, so kann man sie grüßen. Jedoch bei den Jüngeren ist das zu unterlassen, weil dieses die Tür zur Fitna öffnet. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tafadda. Oh ja. Die letzte Überlieferung? Ja. Die war bei At-Tirmidiyo überliefert. Die vorletzte. Von Abu Huraira. Von Abu Huraira, die vorletzte. Wer sie überliefert hat? Das war Abu Dawood Rahimullah ta'ala. In Sahih al-Jama'ah von Sheikh al-Albani Rahimullah. Tafadda. Es wird gefragt, wie ist es, wenn man jemanden den Salam gibt, aber die andere Person antwortet einen nie darauf? Wie ist es, wenn jemand den Salam gibt, aber eine andere Person antwortet nie darauf? Ja, das sind die Takfiris. Entweder oder in einem anderen Fall, in einem anderen Fall, wenn es kein Takfir ist, aber zu 99,9% ist das eine. In den anderen Fällen, diese Person macht sehr Schlimmes. Diese Person macht sehr Schlimmes, dass man ihnen den Salam gibt und er erwidert den Salam nicht. Das ist nicht, schaut mal, subhanallah, die ganzen Hadithe, die wir jetzt studiert haben, worauf haben die hingezählt? Dass man? Natürlich, weil es ist das Recht deines Bruders, dass du ihn grüßt. Der Prophet, salam sagte, das Recht von einem Muslim gegenüber einem anderen Muslim sind sechs und dazu zählte er auch den Friedenskurs. Das heißt, dein Bruder hat ein Recht darauf, subhanallah, dass du ihn grüßt. Er hat das Recht darauf. Lass mal jetzt, weil du selber, wenn du anfängst mit dem Friedenskurs, das ist was? Beliebt. Aber darauf zu antworten ist Pflicht. Du selber, dass du damit beginnst, das ist beliebt. Aber darauf zu antworten ist Pflicht. Sogar der Prophet, salallahu alaihi wasalam, wie Ibn Omar radiallahu anberichtete, als er einmal dabei war zu urinieren, kam ein Mann vorbei und hat ihn gegrüßt. Hat der Prophet salallahu alaihi wasalam zurückgegrüßt? Nein. Sondern er hat sein Geschäft erledigt, dann hat er Wubo gemacht und dann hat er den Salam vergessen oder nicht vergessen, dann hat er ihn geantwortet. Schaut mal, dass selbst nach so einer Situation er nicht vergessen hat, ihn zu antworten. Das beweist, wie gewaltig es ist, diesen Friedenskurs zu beantworten. Stimmt es, dass die Sünden von einem abfallen, wenn sich zwei Brüder die Hände schütteln? Dazu kommen wir nächstes Mal in Schadetale. Na, Tafantala. Muss man den Gruß vollständig erwidern? Das kommt darauf an, wie man gegrüßt wurde. Wenn jemand zu einem gesagt hat, Assalamu alaikum, dann ist das richtig, nicht das Beste, aber richtig, dass man sagt, Wa alaikumussalam. Aber richtiger und besser ist, Wa rahmatullah, und am besten Wa barakatuhu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafantala. Das finde ich, meinst du jetzt erst mal nächste Woche? Das machen wir nächste Woche, inshallah. Weil ich will dieses Thema etwas inshallah ausführlicher besprechen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, jetzt zu reden, kann man mit der Hand grüßen oder mit dem Kopf nicken? Sind das auch ganz gut? Du meinst, wenn jetzt zum Beispiel eine Person sich an einem Ort befindet, wo er jetzt zum Beispiel nichts sagen kann? Nein, das zählt nicht. Zählen tut das, was uns überliefert wurde. Na? Muss man Rufranak auch sagen, wenn man zum Beispiel ins Badezimmer reingeht, weil es gibt da manche Leute, die singen, da mit Duschen. Rufranak sagst du, wenn man aus dem Badezimmer herausgeht, nicht hereinkommt. Wo singt der? Wer singt was? Beim Duschen. Was singt der beim Duschen? Ei, viel gut? Was singt der? Ich meine, das ist dann auch was, wo man da Rufranak sagt. Wenn man aus dem Badezimmer herauskommt, sagt man Rufranak allgemein. Okay? Das hat nichts mit seinem Song zu tun. Und die Person sollte sich sowieso fragen, was er singt. Du sagst den Friedensgruß. Ob es der kurze oder der lange ist. Das spielt keine Rolle. Auch wenn keiner da ist, dann sagst du den Friedensgruß trotzdem, wie wir es gelernt haben. Tafadda. Wenn man jetzt in solchen Sitzungen teilen, muss man sich jetzt abmelden, sozusagen den Schiech oder den Lehrer dann halt Bescheid geben? Muss man sich abmelden bei einer Sitzung, dass man dem Schiech sagt, ich gehe früher und das ist von größerem Adab. Das ist von größerem Adab. Dass auch einer nicht die Vermutung hat, dass diese Person nur dann geht, wenn er mit dem Unterricht zum Beispiel anfängt. Das ist kein Problem. Wenn man geht, wenn man sagt alaikum salam oder assalamu alaikum ist kein Problem, dann hat man seine Aufgabe gemacht. Aber wenn man das gut machen will, dann bittet man um Erlaubnis beim Schiech, dass man gehen kann. Allah ta'ala ala wa ala. Wie ist das, wenn man reinkommt in seine Wohnung, man geht rein mit dem, mit welchem Fuß, mit dem, mit welchem geht man raus in die Dunja? Mit dem linken. Auch in die Moschee, rechts rein und links raus. Und ihr seht hier, subhanallah, rechts ist immer was khair. Alhamdulillah. Na, tefadl. Wie ist das, wenn ich als Gastgeber hereinkomme, wer grüßt zuerst? Allgemein haben wir eine Überlieferung gehört, derjenige in der kleineren Anzahl grüßt diejenigen, die in der größeren Anzahl sind. derjenige, der sitzt, grüßt denjenigen, der steht. Derjenige, der steht, grüßt denjenigen, der und derjenige, der kein Transportmittel hat, grüßt denjenigen, der und das ist das, was vorzuziehen ist allgemein. Aber, wenn man jetzt hereinkommt, derjenige, der zuerst grüßt, gehört er zu denjenigen, die den Vorteil haben, dass sie Allah sein werden. Kann man auch nur Salam sagen? Nein. Salam, was ist das? Salami sagen. Das ist kein Wort. Salam. Salam hat mehrere Bedeutungen, aber das ist nicht der Friedenskurs. Wenn ich sage, guck mal, der Unterschied zwischen Assalamu Aleikum, Friede sei auf euch. Salam heißt nur Friede. Friede, Freude, Ayakob. Aber wir sagen Assalamu Aleikum. Das heißt, was machen wir konkret für denjenigen, den wir begrüßen, machen wir konkret Dua. Dua. Und im Übrigen, liebe Geschwister, dieser Salam ist etwas ganz Besonderes. Denn Allah Subhanahu Wa Ta'ala, die Beliefung ist bei Bukhari und Muslim, als er Adam Aleyhis Salat was Salam erschaffen hat, sagte er zu Adam Aleyhis Salat was Salam, geh zu der Gruppe von den Engeln und grüße sie und grüße sie mit Assalamu Alhamdulillahi wa Barakatuh. Dann sagte Allah Aleyhis Salat zu Adam, das ist der Gruß für dich und deine Naqam. Allah Aleyhis Salat extra für euch. Und dann gibt es Leute Halöle. Und wie wir dieses alles hören in dieser heutigen Zeit. Naqam. Tafadda. Allgemein nicht weiter. Wir werden auch später kommen zu dem Benehmen bei Träumen. Erzählt man nicht weiter. Außer, dass ein bestimmter Grund vorliegt. Das können wir dann später besprechen. Inshallah. Bitteschön. Fikawa. Wie darf ich meine Eltern begrüßen? Wie begrüße ich meine Eltern? Du begrüßt dein Haus mit Assalamu Alaykum. Aber wenn du deine Eltern siehst, natürlich, dann sagst du Guten Tag. Guten Tag. Habt ihr das verstanden so in Bayern, wenn sie sagen Grüß Gott? Was meinen die damit? Habt ihr das verstanden? Floskel, ne? Ich denke auch, das ist eine Floskel. Alhamdulillah hat Allah Azza wa Jalla uns was Gutes gegeben. Bitteschön. Es wird gefragt zu dem Thema, was wir davor behandelt haben. Wenn man jetzt im Draht nicht bespakt wird, ist es dann sicher, dass man auf jeden Fall auch nicht in Jahannam bestraft wird? Wenn man nicht im Grab bestraft wird, wie ist das, wird man dann auch in Jahannam nicht bestraft? Die Sache hat damit zu tun, liebe Geschwister, die Strafe im Grab ist eine Reinigung von den Sünden. Und wer kommt oder beziehungsweise wer bekommt die Strafe im Grab? Manche Leute bekommen die Strafe in der Dunia. Allah reinigt sie schon von ihren Sünden. wenn sie dann behoben ist, bestraft er sie nicht mehr im Grab. Aber manche haben so viel an Sünde gehabt, dass sie in der Dunia bestraft werden, aber sie sind noch nicht komplett gereinigt. Dann auch im Grab, sie sind immer noch nicht komplett gereinigt, dann werden sie auch in Jahannam noch weiter bestraft. Das hängt von Tatir ab, von der Reinigung der Sünden, wann sie ist. Wann sie ist, kann niemand sagen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Na, tafadda. Es wird gefragt, kann man auch sagen, Friede sei auf dem, der der Rechtleitung folgt, wie in der Sura. Das ist nur für Kuffar, das ist nur für Kuffar erlaubt. Das sagt man zu einem Kärbel, nicht zu einem Muslim. Aufpassen. Ihr Bruder fragt, wenn man sich nach dem Gebet sagt, taqabbalallah, ist das von der Sunna? Wenn man das immer macht und denkt, dass dieses dazugehört, dann ist das eine Bidda, eine Neuerung. Aber jetzt, du hast einmal gebetet, einer sagt dir, taqabbalallah, minna. Er sagt dir allgemein, möge Allah von uns annehmen und er macht das nicht immer, dann kannst du sagen, ist kein Problem. Schaut mal, Bidda hat immer zwei Bedingungen, auch nicht immer übertreiben und vorschnell sein mit der Bidda. Die erste Bedingung ist was, dass du das erste ist, dass du denkst, was es gehört zur Religion und du wirst dafür belohnt. Deswegen aufpassen. Auch eine Bidda beurteilen wir nicht sofort als Bidda. Wir sind auch nicht wie diese Tamagotchis, Ahlul Tabdiah, die immer sofort sagen, Mubtadir, Mubtadir, Mubtadir. Weder sind wir wie die Takfiris, noch wie diese. Möge Allah also sollen uns immer auf den Weg der Mitte lassen. Tafadda. Wenn man einer Gruppe den Salam gibt, müssen dann alle darauf antworten oder reicht das, wenn einer erst macht? Das ist eine gute Frage. Wenn man eine Gruppe grüßt, müssen alle den Salam erwidern? Nein. Es reicht, dass einer das erwidert, Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Weil dann hat die Gruppe die Pflicht gemacht. Tafadda. Wenn du sagst, Assalamu alaikum und derjenige, der sagt, Wa alaikum salam ala barakadu, der bekommt seinen Lohn. Auch der eine, der sagt, Wa alaikum salam ala barakadu. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht, weil man nicht als erstes zurückgegrüßt hat, nichts vom Lohn bekommt. Das ist kein Problem. Dann ist das ausreichend. Dann brauchen die anderen nicht mehr zurückzugegrüßt. Jeder muss wissen, ob er Hassanat braucht oder nicht. Manche haben schon genug. Die haben schon genug. Warte. Es wird gefragt, wie man antworten soll, wenn ein Kafir einen mit dem Salam grüßt, beziehungsweise die islamischen Begriffe verwendet, auch Spaß. Oder weil er sie nicht in die Leute nicht hat. Wenn ein Kafir zu dir sagt, Assalamu alaikum, dann sagst du Wa alaikum nicht mehr. Dann sagst du Wa alaikum. So hat der Prophet sallallahu alaikum auf die Juden geantwortet. Und Juden zählen auch die Nasara dazu, die Christen. Wenn sie sagen, Assalamu alaikum, dann sagst du Wa alaikum. Das ist kein Problem, dass man ihnen den Gruß erwidert, aber mit dieser Einschränkung Wallahu ta'ala alaikum. Wa alaikum. Mit Fadda. Es wird gefragt, wie ist es, wenn man jetzt begrüßt wird und aus Spaß sagt, Wa alaikum und wartet halt ein bisschen und dann sagt, Wa alaikum. Schaut mal, liebe Geschwister, Ibadah ist kein Gegenstand des Spiels oder sich lustig machen. Okay? Sondern Ibadah ist Ibadah. Und man will auch den Lohn dafür bekommen, dann muss man das auch richtig anbieten. Bei Ibadah spaßt man nicht. Wallahu ta'ala ala wa alaikum. Na. Es wird gefragt, darf man im Wochenbett nach dem Wurden den Koran lesen, wenn man ihn mit einem Schal aufmacht? Darf man im Wochenbett den Koran lesen? Darf man nach dem Wochenbett den Koran lesen? Du kannst auch im Wochenbett den Koran lesen. Und heutzutage haben wir es leicht, Alhamdulillah. Heutzutage, worauf können wir den Koran lesen? Handy, Tablet, Laptop. Ich weiß nicht, was alles gibt. Kannst du lesen, Alhamdulillah, dann brauchst du den Koran nicht anzufassen. Und so entgeht man Meinungsverschiedenheiten und trotzdem kann man den Koran lesen. Tafadda. Stimmt es, dass einige Gelehrte das Urinieren im Stehen als Haram gesagt haben? Stimmt es, dass einige Gelehrte das Urinieren als Haram gesehen haben? Das Urinieren im Stehen als Haram gesehen haben? Aisha berichtete, sie sagte, wer euch erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wassallam beim Urinieren stand, hat nicht die Wahrheit gesagt. Das natürlich ist, was Aisha wusste, radiyallahu anha wa ardaha. Bei Bukhari wird überliefert von Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anha, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wassallam, als er sich an einem bestimmten Platz begeben hat, hat er dort im Stehen uriniert. Tafadda. Es gibt eine Regel in der Hadithlehre, al-muthbit muqaddam ala al-nafi. Derjenige, der etwas bejaht oder bestätigt, der ist dem vorzuziehen, der etwas verneint. Weil derjenige, der etwas bestätigt, jetzt ein Sahabi, sagt uns, er hat das gesehen. Nehmen wir das von ihm an oder nicht? Weil er ist was? Er ist vertrauenswürdig. Okay? Das stimmt. Aisha, weil sie zu Hause war mit dem Propheten, sallallahu alaihi wassallam, hat nie was anderes gesehen. Das ist richtig. Aber manchmal, wenn du an Orten bist, ja achi, ich gebe dir nur ein Beispiel, Raststätten-Toiletten auf der Fahrt, lieber fährst du ein Atomkraftwerk an, als dass du dich auf solchen Toiletten hinsetzt. Masburd? Deswegen, an solchen Fällen kann man dann auch im Stehen urinieren, beidnend la ta'ala. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Aber natürlich, im Stehen urinieren gibt, es gibt nur das Problem, dass man etwas an die Kleidung bekommen könnte. Okay? Und manchmal ist es windig, aber du weißt schon, ja, dann, deswegen ist das problematisch, weil jemand, der sich nicht nach dem Urinieren reinigt, und von diesem Urin befallen wird, das ist nichts Leichtes. Das gehört zu den großen Sünden, wenn er es natürlich absichtlich gemacht hat. Es wird gefragt, ob es stimmt, dass es verboten ist, auf der Toilette zu sprechen. Ist es verboten, auf der Toilette zu sprechen? Wir haben vorhin ein Hadith angeführt von Ibn Omar radiallahu alaihi wa sallam, als der eine Mann am Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorbeiging und ihm den Salam gesagt hat. Er sagte, Assalamu alaikum. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn nicht erwidert. Er hat ihn nicht mal gesagt, ich grüße dich danach. Das heißt, nicht nur, er hat den Salam nicht erwidert, sondern er hat auch nicht normale Wörter gesprochen, wo er ihn darauf hindeuten könnte, ich grüße dich danach. Von daher haben die Gelehrten das Urteil gezogen, dass es unbeliebt ist, auf Toilette zu sprechen. Und ehrlich gesagt, wer eine gesunde Viertel hat, der mag das auch nicht, dass er auf Toilette spricht, ich meine jetzt, während jemand sein Geschäft verrichtet. Okay? Ich meine jetzt nicht, zum Beispiel, Mann und Frau sind zum Beispiel in der Badewanne und baden zusammen. Das ist nicht gemein. Sondern, während jemand sein Geschäft verrichtet. Geschäft jetzt nicht Laptop und Handel und so, ja? Geschäft ist schon klar. Aber heutzutage muss man alles erklären, ja? Nein. Verdammt. Warum werden Moscheen immer bei Assad und welcher Gebet vorher vier Sunnah gebetet? Warum werden bei Asr und Escher Gebet vorher immer vier Sunnah gebetet? Vor dem Asr-Gebet gibt es eine Sunnah, die aber nicht eine beständige Sunnah ist. Die Gelehrten unterscheiden zwischen eine beständige Sunnah, bedeutet, der Prophet hat das immer gemacht, und manche Sunnah, die es gibt, die hat er manchmal gemacht und manchmal gelassen. Bei Tirmidhiu wird überliefert, dass der Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam sagte, derjenige, der vier Raq'ah vor Asr betet, so soll Allah mit ihm barmherzig sein. Das bestätigt. Aber das macht man auch nicht immer, weil das gehört nicht zu den Sunnah, die immer gemacht wurden. Was die vier Fa'ishah anbelangt, so gibt es nichts Authentisches. So gibt es nichts Authentisches, dass man das machen kann. Jetzt zum Beispiel eine Person hat im Stehen uriniert, dann hat er Odo gemacht und es könnte sein, dass etwas auf die Kleidung gekommen ist. Die Regel ist, die Gewissheit wird nicht durch Zweifel aufgehoben. Das heißt, wenn er nicht gewiss ist, dass etwas auf die Kleidung gekommen ist, dann ist nichts gekommen, außer er hat dafür einen klaren Beweis. Okay? Ich meine, wenn die Hose dann nass ist, dann ist das der klare Beweis. Aber wenn sie nicht nass ist und er hat nichts von dem gespürt, dann ist das kein Beweis, sondern nur eine Unsicherheit und die zählt nicht als Regel. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Alaykum salam. Es wird gefragt, wenn man eine Frau heiraten möchte, die nur mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater lebt, da ihre Eltern geschieden sind, ihr richtiger Vater lebt in einem anderen Land, wer ist nun ihr Walid? Wenn eine Tochter einen Vater hat und dieser lebt auch in einem anderen Land, das heißt nicht, dass die Walischaft von ihm entzogen ist. Wenn geheiratet wird, das heißt, wenn die Tochter jemanden heiraten wird, dann nimmt man Kontakt zum Vater auf und klärt das mit ihm. Das heißt nicht, dass seine Walischaft damit abgegeben ist. Naam. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Er ist immer noch ihr Wali. Vater. Muss die Frau beim Beten Socken anziehen? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, ob die Frau ihre Füße im Gebet bedecken muss oder nicht. Richtiger ist, wallahu ta'ala ala wa'alam, dass sie sie bedeckt. Dass sie sie bedeckt. Das ist die richtigere Ansicht, wallahu ta'ala ala wa'alam. Naam. Wann bin ich wieder in NRW? Wann bist du? In NRW? Inshallah ta'ala, wenn wir die Führerscheine wiederbekommen, dann können wir auch wieder überlegen zu reisen. War ein bisschen sündig im Verkehr. Hamza. Möge Allah uns unsere Führerscheine so schnell wie möglich geben. Vielleicht geben sie uns auch die neue ebäzion zurück. jazakum la khairan wabarak lafikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh